Es gibt Wahrheiten, die uns herausfordern und Wahrheiten, die uns ignorieren. Die einzige Grenze für das, was sie erreichen können, ist der Umfang ihrer Träume und ihre Bereitschaft, hart zu arbeiten, um sie wahr werden zu lassen. Scheitern ist ein Gefühl, lange bevor es Realität wird. Es ist das Ergebnis einer Kombination aus Verletzlichkeit und mangelndem Selbstvertrauen, das dann oft absichtlich durch Angst verstärkt wird. Die Zukunft unserer Welt kann nur hell sein, solange sie unsere Töchter einschließt. In ihre Bildung zu investieren, ist das Beste, was wir für jeden Einzelnen von uns tun können. Sei leidenschaftlich für etwas und lehne dich an diese Stärke an. Als Frauen müssen wir für uns selbst einstehen. Als Frauen müssen wir füreinander einstehen. Als Frauen müssen wir uns für Gerechtigkeit für alle einsetzen. Man kann in der Welt leben, wie sie ist, aber das hindert uns nicht daran, alles zu tun, um die Welt so zu gestalten, wie sie sein sollte. Ich wollte Barak für unsere Familie. Alle anderen schienen ihn für unser Land zu wollen. Umgeben Sie sich nicht mit Leuten, die sehr niedrigen und folgen Sie Ihrem Instinkt. Zu Hause nehmen wir uns selbst nicht zu ernst und Lachen ist meiner Meinung nach die beste Form der Einigkeit in einer Ehe.